Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft. Heute mit dem Duddy. Hallo Duddy. Hallo. Hallo. Alter. So, der Tagesplan steht fest. Ich würde heute den Gameball für dich bauen. Aber erstmal muss ich den Starter loswerden. Den muss ich auch noch haben. Den erdele ich auch mal mit einer. Irgendwer muss er wieder sortieren. Den Wolle habe ich auch nicht gecheatet. Ja, ich habe den Wolle lange gesammelt von das da. Das Schaf da. Aber vorher mache ich dir mal was zeigen, Duddy. Kann man mir dich mal was zeigen. Ich zeige dir jetzt meinen geheimen Zauberraum. Bist du noch hinter mir? Ja. Also, der Manni hat noch nicht gesehen den Raum. Aber du bestimmt. Auf in den Pass auf! Hey, auf der anderen Seite ist auch noch ein Klo. Da geh ich auch auf das andere Klo. Scheiß da auch noch mal rein. Das ist ein bunter und verrückter Ort, an dem alles passieren kann. Oh, oh, oh. Er tut es. Du, 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 du. So, warte. Warum geht doch kein Licht nicht? Doch, es geht Licht. So, dann hucke ich mich vorhin mal unter die Dusche. Du, 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 du. Es wird Licht. Harte ich mal mich ausziehen. Du, 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 du. Was guckst du? Du, 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 du. Okay. Okay. Spaß beiseite. Ich werde jetzt das Game wohl fertig bauen. Und ich habe keine Ehre mit dabei. Ja, super. Kann ich mich auch wieder richtig geil aufbauen. Ich bin Noob. Oh, yeah. Du, 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 du. Oh, yeah. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Hallo? Hallo? Oh nein. Die Wolle reicht nicht. Nein, da ist keine Erde drin. Der Erde ist nicht zum, äh, ja. Äh, wie sagt man dazu, zieh dich da. Ich komm dann wieder weg. Ich hab das ungute Gefühl, die Wolle reicht nicht. Also weiter unten fallen definiert sonst machts wieder Shop-Lagoon. Ich bin tot. Zerfetzt es mir wieder beim Tausend-Teile oder, oah. Düdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdn und schnurren meine Sachen weg, ja. Ja, kommst aus allen Ecken und Hüssen. Oh, jetzt wieder Fockeli bauen, warum? Ich weiß, hab ich Schaden gekriegt. Mysteriös. Oh, Sackere, zwei Jäzen überlebt. Also, hab ich nicht, ob ich's echt nicht bauen und runter springen, sonst hab ich ein kleines Problem. Alter, was war das? Bei dir fahren immer Trecker vorbei. Oder Mopeds. Mopeds trifft's auch, ja. Ist bei dir irgendein Moped Club oder sowas? Motorrad Gang. Bei mir sind immer die kleinen 16-jährigen Kinder da aus dem anderen Dorf, wo da steht, wer ja immer. Die fahren jedes Mal bei mir vorbei, Alter. Und dann mit ihren Mopeds oder irgendwas. Und die... Ich denk immer, Alter, irgendwann geh ich raus und schmier da. Das sind immer drei oder vier Stück auf einmal. Und dann immer... Die sind... Am Ort's cool, Alter. Mit so... Nachschlimmer... Nachschlimmer... Die Bauern dran müssen. Was? Oh Gott! Ja, die sind genauso schlimm, Alter. Der hat mich auch nichts mehr verstanden, wenn die vorbeigefahren sind. Was, so warm war, Alter? Dann mal mein Fenster offen. Dann hat die Gase jetzt halt... Fünf Minuten später kommen wir wieder zurück. Fünf Minuten später kommen wir wieder zurück. Oh... Richtig bitter, Alter. Und natürlich haben sie dann die Ladung abgeladen und kommen wir natürlich wieder. Jung! Oh Gott! Das erinnert mich schon fast an die Olni... An das Olni mit den Trabanten. Kennst du das? Da war an der Ampel steht... Mit dem Trabanten und der andere... Was hat der andere für ein Auto gehabt? Ich wusste nicht mehr. Ein Porsche oder irgend so was? Ah, wer ist das gegangen? Das war... Ich fahr jetzt nicht mehr rein. Nein! Ja, aber die Olni reicht. Das ist schon mal wieder gut. Und es wird schon wieder dunkel. Ah, warum? Das ist ein Standard in Minecraft. Das ist dunkel. Oh yeah, da bin ich ja bei. Du 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 du. Yes, fertig! Nein, dann wird... Aufstellen nicht einfach so auf Tago bescheiden. Ja, das ist das Problem, wenn man heute... Ohne... Host-Privilegien und das Zeich spielt. Na gut. Oh, es besser so. Ein! Ein! Ei, ei. Du 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 du. Ah, warum? Ach, komm hey. Große fix noch einmal. Ich kann es doch nicht geben. Geh weg du Pendler. Das sind meine Sachen. Haha. Alter, wie ein Geier rennt der Gei. Hahaha. Hahaha. Nein! Ja, das... Bei den Gameball bin ich auch ein paar Mal verreckt. Das war ja meistens das letzte Mal. Dezenter nebengesprungen nennt man das. Voll verkackt. Dahin! Du 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 du. Und da kann man wieder ein paar Mopede fahren. Juuuung! Irgendwann irgendwann schrei mal aus. Oder ich geh einfach unten. Und äh... Nimm so einen Stecker oder irgend sowas und hau noch nicht in den Spurchen rein. Einen Brügel mit rausnehmen. Ja! Das ist das auch ich schon mal gemacht. Da war... Ich glaube auch war hier mein Bett. Und unten vor meinem Bett ist gleich der geringere Bürgersteig. Ja. Ne 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 ist der Zaun. Ne Diskotheken oder so. Und sich da drauf gesetzt. Und dann haben einfach mal so richtige Musik gemacht, ne? Alter. Bin ich aufgestanden. Und dann hab ich ihn rausgeschreiht. Wenn er in 2 Minuten in der Vorzeit kriegt. Geht mit dem Knüppeln hin. Da wo mein Biersteig ist. Das waren 3 Leute. Und... Einmal gehts nach der Strauß. Das ging 3 Strauß. Ja. Bin ich mit der anderen raus. Mit dem Brügel. Was glaubt. Ich hab nicht vor geranzet. Der eine in der Richtung. Der eine in die andere Richtung. Der eine in die andere Richtung. Der eine in die andere Richtung. Ah. Ich weiß nicht. Es war jetzt ein 40-jähriger Kind oder was? Das Beste... Am besten hat mir jetzt gefallen. Dann hab ich rausgeschreit. Unter von meinen Rosenrautis. Du komm doch unter. Wenn ihr mir gleich verzeiht, dann hab ich euch auch noch auf die Platten drauf. Auf die Platten. Und dann... Look at this. Es ist ein Gameboy. Es fehlt mir nur ein Spiel. Ich bin mir nur noch... Überlegen, was ich für ein Spiel auch nicht mache. Entweder vielleicht... Tetris. Oder vielleicht mache ich auch... Tetris oder sowas. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich könnte aber Tetris machen. Oder vielleicht mache ich Minecraft. Hm. Ja, dann kann ich... Dann kann ich... Dann kann ich... In Minecraft... Auf den Gameboy Minecraft spielen. Ist doch richtig geil. Ja. Ja. Ach. Es ist schon wieder so weit. Ich war aus Klo. Ach. Der Gameboy jetzt. Fertig hast. Können wir die Schafe umfärben. In Weiß und in Braun. Ja. Können wir die Penner-Stadion rein. Oh yeah. Die Penner-Stadion. Das nächste Projekt. So. Öffentliche Toiletten. Ach. Schleich dich. Ich kann dir nur Shitli machen. Das ist ein bunter und verrückter Ort. Ich kann die Dinge mal aufmachen, wenn du dir vorstellst. Warum tut er? Du 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 du. Na, Alter ey. Wenn irgendwer mit so ner Melodie anfängt. Das machst du? Das machst du? Von dich hab ich das. Von dich hab ich das. ja ne ist klar was hallo 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 ein rodriguez was hallo mr miau du wollen suche in arbeit er rennt weg er wollte weg rennen also misst er mir aber es fällt dir nicht ein warte ich kann den volley gleich wieder in die truhe legen ich brauche ihn nicht mehr 3 2 1 weg jetzt können wir die schafe auf jeden fall um hier weil ich brauche keine grüne volley mehr es ist vollbracht oh yeah irgendwie hat meine kuh getötet es waren zwei da dafür ist jetzt so ranzart schaf da ja alter der esel war auf einmal da als in sucht alter 5000 schaf und dann ist auf einmal esel da das gleiche ist das gleiche ist da bei der in sucht form hoch 3 vielleicht ist ein schwulen wg ich wusste nicht da bist du da rausgekommen du grattler das ist die volle schwulen wg oder gibt dir das die vermehren sich ja oder dem schocken stecken so drinnen Look at me! Schön, wenn's hingehst, will's alle schauen. So, ist da so Crackhacken oder irgend so was. Hallo? Leeroy? Leeroy, was ist geschehen? Komm rein! Oh nein! Wir haben mich getötet. Hey, jetzt ist schon wieder Eisengolem gespurnt. Hallo, Eisengolem? Was tun? Ja, kommt rüber zu uns. Ist das ein freundlicher Eisengolem? Oh yeah, der freundliche Eisengolem von nebenan. Stirb! Hey, was macht der jetzt? Er will uns zusammenschlagen. Ich dachte, du bist der freundliche Eisengolem. Was? 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 Jetzt hat's einen zerdrückt. Rest in Peace, Eisengolem. Du blub blub blub. Du blub blub blub, du blub 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 blub. Eigentlich hätte er schreien können, soli töder. Ah! Oh! Jetzt hab wieder irgendwas blattgeklatscht beim Basti. Ich weiß nicht, wo der Tutti. Jaja! Na gut, Freunde der Macht. Mir fällt jetzt nichts besseres mehr ein. Also werde ich mich mal verabschieden. Und ich nehme Tutti auch mit. Wo ist er denn? Da ist er! Da ist er! Ja wieder! Ja zuh! Ja komm her! Ja komm her! Ja komm her! Ja komm her! Inseker elbeфф! Hahahaha! Also tutt Temür! Hoibe die Erde.